Da sich ja einige von euch lieber mit dem Smartphone als mit dem PC beschäftigen, es gibt GeoGebra natürlich ja auch auf dem Smartphone und ich habe im Unterricht gemeint, dass es mit dieser App nicht die Möglichkeit gibt, sich Punkte im Raum anzeigen zu lassen, also diese Vektorgeometrieanwendung, das ist so nicht ganz richtig, also man kann sich auch nur diesen 3D-Grafikrechner für GeoGebra als App runterladen, da geht ihr einfach auf den Google Play Store oder in den App Store und sucht nach GeoGebra 3D-Grafikrechner. Und das ist dann eben nur diese 3D-Anwendung. So und wenn man das öffnet, das Programm, das hat so eine Pyramide als Symbol, dann sieht es standardmäßig so aus, das kennt ihr ja vom Unterricht, die Bodenebene ist hier standardmäßig grau eingefärbt, ihr könnt dann eben das Koordinanzsystem auch drehen, wenn ihr da rein tippt und ihr könnt es drehen lassen, ihr könnt es von unten betrachten, ihr könnt es von oben betrachten und so weiter, ihr könnt es einfach mal sich drehen lassen. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, bei Eingabe sich Punkte anzeigen zu lassen. Und dann geben wir einfach mal einen Punkt ein, zum Beispiel A ist gleich, ihr müsst dann immer hin und wieder die Tastaturen wechseln, ist gleich, gibt es halt nur in der 1, 2, 3 Tastatur, ist gleich, Klammer auf. Und jetzt geben wir die Koordinaten mal ein, ich denke mir jetzt welche aus, 4,5,1. Wichtig, das Programm braucht, wie gesagt, oder diese App braucht die Komma zwischen den einzelnen Koordinaten. Ich zoome mal hier ein bisschen raus, weil der Punkt ist verschwunden. Genau, die App braucht die Kommas zwischen den einzelnen Koordinaten. Jetzt haben wir hier einen blauen Punkt A, der dreht sich hier so. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen zweiten Punkt, geben wir mal ein, Groß B ist gleich. Und jetzt, Klammer auf, machen wir mal ein Minus davor, dass er im anderen Oktanten liegt. Minus 1, Minus 2, 4. So, jetzt seht ihr schon, also dann immer auf Eingabetaste tippen. Und jetzt seht ihr schon die beiden Punkte hier im Raum sich bewegen. Und damit man die besser unterscheiden kann, kann man den anderen auch anders einfärben. Dann müsst ihr zum Beispiel bei Punkt B auf die drei Punkte rechts gehen. Und dann auf Einstellungen, und dann könnt ihr hier die Farbe wählen. Nehmen wir jetzt einfach mal Rot oder so. So, genau, jetzt haben wir hier zwei Punkte im Raum. Ihr seht sie hier. Genau, die zwei Punkte liegen in unterschiedlichen Oktanten. Beide liegen oberhalb der X1-X2-Ebene. Das können wir sogar noch ändern. Machen wir einfach mal hier ein Minus davor, vor D1 hier. Dann liegt der eine nämlich auch unterhalb der Bodenebene. Genau, jetzt liegt er da unten. Und jetzt haben wir zwei Punkte. Und wir können diese beiden Punkte auch durch eine Strecke verbinden. Wir gehen einfach rechts neben diesem Rechner-Symbol, gibt es diesen Kreis und dieses Dreieck. Wenn ihr da drauf klickt, dann gibt es hier Werkzeuge zur Auswahl. Und dann geht ihr auf mehr. Und bei mehr gibt es unten irgendwo die Funktion Strecke. Und wenn ihr die auswählt, dann könnt ihr jetzt zum ersten den Punkt A antippen. So. Und danach den Punkt B antippen. So. Und dann zeigt es euch die Strecke zwischen den beiden Punkten an. Damit ihr das Koordinatensystem jetzt wieder bewegen könnt, soweit ich zumindest weiß, müsst ihr wieder oben auf dieses Bewegen-Werkzeug gehen. So. Und dann könnt ihr das 3D-Koordinatensystem wieder so hin und her bewegen lassen. Also ihr könnt hier rumspielen. Da gibt es bestimmt auch alle anderen Möglichkeiten, die es auch an der PC-Version gibt. Also das Video soll euch nur mal zeigen, ihr könnt auch mit dem Smartphone euch diese Vektorgeometrie-Anwendung, das nennt sich hier 3D-Grafikrechner, könnt ihr euch installieren auf eurem Smartphone und könnt einfach ein bisschen rumspielen und euch dann somit ein bisschen im Raum orientieren.